Die Kölner sind schon in der ersten Lokal für mich wahrscheinlich. Die Equip, die für den Goal sind effizient, weil sie heute gewonnen haben. Sie hatten noch Chancen und sie hat vielleicht für mich in die Hand von mir gewonnen. Ich habe mich enorm gelegt. Wir hatten ziemlich gut vorbereitet für den Match. Wir hatten pro Video analysiert mit der Mannschaft in den Klub. Wir wussten, wie wir stärker und schlechter werden. Für und allem wird die Mentalität der Spieler, die ihnen am meisten Wohl hält, die bis zum Schluss bekämpft werden. Das ist die nächste Chance. Zum Schluss werden beide Kölner zum Schmieden. Ich habe gesehen, dass viele Reihen und Läscher wären. Aber wir hatten immer ein Haus. Wir hatten den Kopf auf der Linie. Irgendwas von einer Seite. Ja, wir müssen erstmal klühen. Wir spielen mit einem klüren Körper, mit einem barmen Herz. Ich denke, sie wollten alle gut sein. Wir sind dadurch gewissen bis zum Schluss. Ich sage schon wirklich, dass wir heute von Anfang bis zum Schluss alles geben. Und für alle, weil wir den Eich bereich wollen. Ich sage schon einfach mit mir an, wir bereich einen Eichscher oder mit mir das ist ein alter Terrain. Und wir sagen, dass wir einfach perfekt haben. Wir werden mit dem Teil machen. Wir kommen nicht vor. Wir können aber auch einmal mit dem Studiengang der Sommer oder Jugendlichen fern. Wir lassen unsere Kölner machen uns.